Im heutigen Video schauen wir uns meine Top 30 Favoriten-NFTs an zum Ende des Jahres. Wenn dir also das ganze Video und das ganze Format gefällt und ich das im nächsten Jahr weiterführen soll, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und schreib mir in die Kommentare, dass du es weiter sehen möchtest. Bevor das ganze Video beginnt, ein ganz wichtiger Hinweis, das ganze Video dient natürlich nur zu Informationszwecken und soll dir einfach nur zeigen, was meine momentanen Favoriten sind von diesem Jahr bzw. auch teilweise vom letzten Jahr. Ja, deswegen lasst dich auf jeden Fall hier an dieser Stelle nicht allzu sehr beeinflussen. Collect what you love und jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja und die ersten Collectibles, wie ihr seht, sind hier an dieser Stelle erstmal Star Wars Collectibles. Hier auf jeden Fall erstmal mit diesem Yoda-Poster. In dem Fall ist es so besonders, weil wir hier den Erstauftritt von Yoda überhaupt in einem NFT haben. Daneben haben wir Obi-Wan Kenobi, für ihn gilt das gleiche. Er ist auch tatsächlich das erste Mal als NFT hier gewindet und dementsprechend hat er auch eine sehr signifikante Rolle. Unter anderem ist er auch ein sehr starker Jedi, das heißt er hat hier auf jeden Fall auch seine Popularität und seine Fanbase, die er definitiv mitbringt. Das gleiche gilt an dieser Stelle auch für R2-D2. In dem Fall ist es zwar nicht sein erster Auftritt, wir haben das Ganze schon als Golden Moment gesehen, aber nichtsdestotrotz ist er hier das erste Mal animiert und auch mit Sound. Meiner Meinung nach ein sehr viel schöneres Collectibles, unter anderem ist es halt einfach originalgetreu, das heißt auch mit den Farben und so weiter und so fort. Also hier auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Collectibles für Star Wars Fans. Und wir überspringen jetzt mal ganz kurz hier zwei Collectibles, denn das gilt nämlich auch genauso für den Darth Vader. An dieser Stelle der Erstauftritt von ihm auf der Blockchain als NFT und natürlich hier als Ultra animiert mit Sound ist das natürlich eine ultimative Kombi. Außerdem kann man hier für den Preis wirklich momentan nichts sagen. Wir sprechen hier wirklich bei jedem Collectible, ja auch von sehr sehr günstigen Preisen meiner Meinung nach. Ich werde da jetzt teilweise auf jeden Fall nochmal kurz drauf eingehen. Dann kommen wir zum Miles Morales Spider-Man. Hier ist die Besonderheit, dass wir an dieser Stelle wirklich sehr sehr wenig Collectibles haben. Insgesamt hier nur 1000 Stück. Wir haben es mit der First Appearance von Miles Morales zu tun und Miles Morales ist mit einer der aufkommenden Spider-Mans, das heißt wird für die kommenden Generationen hier an dieser Stelle sehr interessant. Dann kommen wir zum Disney, die an dieser Stelle wirklich hier auch ein sehr persönliches Stück von Disney. Mir persönlich gefällt das auf jeden Fall sehr gut und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es hier in Zukunft Utility geben könnte und für den Preis von 68 Gems ist das meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Anschließend kommen wir zu Thor und Thor ist an dieser Stelle hier das erste Mal auf der Blockchain gemintet worden mit diesem NFT und dementsprechend auch sehr signifikant meiner Meinung nach und ich persönlich collecte ihn auch, ihr seht schon, ich habe auf jeden Fall 13 Stück, es sind eigentlich sogar mehr, ich habe die nur an dieser Stelle hier nicht eingetragen. Anschließend kommen wir zu Winnie de Pooh und Winnie de Pooh ist an dieser Stelle mit einer der größten Brands auf der ganzen Welt mit Walt Disney, mit Disney und so weiter und so fort. Also es ist hier an dieser Stelle einfach eine sehr bekannte Marke und für die Preise von momentan 58 Gems ist es für den Erstauftritt beziehungsweise dem ersten NFT von Winnie de Pooh doch ziemlich wenig. Gleiche geht an dieser Stelle hier auch für Donald und Daisy, denn das ist tatsächlich auch deren erster Auftritt als NFT, dementsprechend hier auch für momentan 81 Gems sehr interessant. Anschließend kommen wir zu einem weiteren Spider-Man und zwar nämlich den Spider-Man 2099. An dieser Stelle hier auch das erste Mal, dass er seinen Auftritt hier auf Vivi hat, dementsprechend auch ein sehr signifikanter Charakter, der ja auch im Multiversum eine große Rolle spielt. Dann haben wir Steamboat Willie animated und das ist ein sehr wichtiges Collectible, denn das symbolisiert im Prinzip den Anfang von Walt Disney beziehungsweise von Disney allgemein. Dementsprechend hat es hier einen sehr interessanten geschichtlichen Wert. Ich werde dir hier einmal unter dem i ein Video dazu verlinken, was ich dazu einmal gemacht habe, wo ich einmal kurz vorgestellt habe, was das ganze Collectible denn eigentlich so interessant macht. Daneben haben wir dann Walt Disney Statue und das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Collectible, denn hier haben wir erstmal überhaupt Walt Disney als erstes Mal überhaupt auf einer Blockchain als NFT und wir haben tatsächlich auch Miggy Maus hier als erstes Mal auf der Blockchain als NFT und das ist auf jeden Fall ein Mega Grail. Natürlich muss man hier ein bisschen tiefer in die Tasche greifen mit 2600 Euro, beziehungsweise Gems ist das nicht gerade wenig. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass das Ganze eben Bullrun bei 50.000 US-Dollar beziehungsweise bei 50.000 Gems war, dann ist das doch ein doch ziemliches Schnäppchen zum momentanen Zeitpunkt. Kommen wir zur nächsten Collectible Reihe. Und zwar kommen wir hier nämlich zu Homer und Bart. An dieser Stelle hier auch die First Appearance von den beiden und das erste Golden Moment, was wir offiziell von Disney gesehen haben. Das erste Disney, beziehungsweise auch das erste Collectible vom Disney-Konzern ist es aber tatsächlich nicht. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ansonsten ist das hier aber für den Preis von 130 Gems meiner Meinung nach jedenfalls unschlagbar, wenn man bedenkt, dass das Ganze tatsächlich auch schon sehr viel höher war. Wir schauen uns mal ganz kurz den Preis an. Das Ganze war nämlich bei einem All-Time-High bei insgesamt 2750 US-Dollar beziehungsweise Gems. Dementsprechend sieht man hier auch, es hat ein sehr großer Abverkauf stattgefunden, das heißt, momentan ist das Ganze auf jeden Fall sehr viel günstiger als beim All-Time-High. Als nächstes kommen wir zu einer meiner Lieblings-Collectibles und zwar nämlich Ben Reilly's Spider-Man. An dieser Stelle auch wieder eine First Appearance und auch die Edition-Zahl ist hier nicht gerade groß, wenn man bedenkt, dass das hier ein First Appearance Spider-Man ist mit einem anderen Charakter natürlich. Aber an dieser Stelle meiner Meinung nach ein signifikanter Charakter im Marvel-Universum und dementsprechend hier auch bei der Liste mit dabei. Anschließend kommen wir zu mit einer der interessantesten Charakter meiner Meinung nach und zwar nämlich zu den Steve Rogers beziehungsweise zu den Captain Americas. Und hier haben wir nämlich Steve Rogers einmal mit dabei. Insgesamt kostet das Ganze zum momentanen Zeitpunkt nur 18 Gems. Wenn man überlegt, dass wir hier es mit der First Appearance beziehungsweise mit dem Erstauftritt von Captain America auf der Blockchain als NFT haben, ist das doch meiner Meinung nach ziemlich günstig, wenn man überlegt, dass das Ganze für 13 Gems rausgehauen wurde. Daneben haben wir auch noch Sam Wilson. Genau dasselbe. An dieser Stelle haben wir hier halt nicht Steve Rogers, sondern Sam Wilson. Aber auch der Preis hier ist einfach extrem low. Wir sind hier im Prinzip bei der Hälfte in etwa, für was das Ganze gedroppt wurde. Also hier auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein Schnäppchen. Wenn man überlegt, dass Sam Wilson auch im Marvel-Universum sehr wahrscheinlich Captain America in dieser Position ersetzen wird, wo Steve Rogers war, dann ist das auf jeden Fall auch ein sehr signifikanter Charakter eventuell für die kommenden Filme beziehungsweise für das kommende MCU. Daneben haben wir den altbekannten Amazing Spider-Man und ja, das darf natürlich auch nicht fehlen. Das erste Marvel-Collectable beziehungsweise das erste Collectable vom Disney-Konzern insgesamt und natürlich haben wir es hier mit der First Appearance auf Spider-Man zu tun. Also ihr seht schon, es sind hier tatsächlich relativ viele Spider-Man-Varianten mit dabei, aber es ist tatsächlich auch mit einer der beliebtesten Charakter überhaupt im Marvel-Universum beziehungsweise allgemein von den Superhelden auf der Welt. Dementsprechend muss der natürlich hier auch mit rein. Daneben haben wir den Superman, hier natürlich die First Appearance auf der Blockchain als NFT und dementsprechend hier natürlich auch sehr signifikant an dieser Stelle. Hier unten haben wir noch einmal vier weitere Collectables. Von den Vieren sind wiederum zwei davon in einem Set. Zum Beispiel der 1 zu 6 und der 1 zu 1 DeLorean sind in einem Set. Beide nichtsdestotrotz sehr interessant. Mit dem 1 zu 6 DeLorean kann man zum Beispiel fahren, wie jetzt wenn man so ein Auto fernsteuert. Also hier auf jeden Fall für die Möglichkeiten irgendwann im Vivi-Burst sehr interessant. Genauso der 1 zu 1 DeLorean, wenn man überlegt, dass man dort eventuell reinsitzen kann und zum Beispiel Rennen fahren kann. Daneben haben wir noch natürlich den altbekannten und den Grail beziehungsweise das erste Collectable überhaupt auf Vivi, nämlich den Todd McFarlane Batman. An dieser Stelle natürlich auch das erste Batman NFT, was jemals gedroppt ist und dementsprechend auch sehr signifikant. Kommen wir außerdem hier noch zu dem Joe Maduera Batman. Und zwar nämlich ist das ein Collectable aus der Season 1 beziehungsweise dem ersten Set von Vivi und dementsprechend hier eventuell auch für die Zukunft recht interessant und für einen Preis von 110 Gems meiner Meinung nach doch recht günstig, wenn man das im Vergleich hier mal zum Todd sieht, der gerade 877 US-Dollar kostet. Das waren jetzt die Collectables. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Comics an, die mir persönlich sehr ins Auge stechen und die ich auf jeden Fall im Blick habe. Aber ich bin natürlich an dieser Stelle kein Comic-Experte. Das sind häufig einfach Comics, wo die First Appearance sehr interessant ist beziehungsweise einfach auch ich einfach weiß, dass es tatsächlich sehr beliebt sein könnte in Zukunft. Starten wir doch direkt auch mal rein und zwar nämlich hier mit Journey into Mystery Hashtag 83. Ihr seht auch schon, das Ganze ist noch nicht gedroppt, wird aber jetzt kommen und ihr seht auch schon, das ist einfach ein bisschen früher aufgenommen jetzt, als das Video dann sozusagen rauskommt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr interessantes Comic, weil wir es hier nämlich mit der First Appearance von Thor zu tun haben. Dementsprechend auf jeden Fall sehr interessant. Anschließend kommen wir zu Mickey Mouse and the Ice Sword Hashtag 1. An dieser Stelle sehr interessant, weil wir es einfach hier mit dem ersten Mickey Mouse NFT Comic zu tun haben, was jemals gedroppt ist. Dementsprechend könnte das auf jeden Fall auch in Zukunft sehr interessant werden. Daneben haben wir Amazing Fantasy Hashtag 15, der Erstauftritt von Spider-Man in einem Comic. Also ich glaube, dazu muss ich erstmal nichts sagen. Ich denke, das ist selbsterklärend. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, Spider-Man ist einfach mit einer der beliebtesten Charakter im Allgemeinen, was das MCU angeht, aber natürlich auch insgesamt von Superhelden. Dementsprechend hier sehr interessant. Daneben haben wir noch ein Spider-Man Comic und zwar nämlich Spider-Man Hashtag 1 und hier ist das Ding so, dass wir es hier nämlich mit einer sehr geringen Auflage zu tun haben, dass Comic tatsächlich aber in Real Life sehr gefragt ist und auch sehr viele Editions hat. Es ist im Real Life tatsächlich nicht allzu viel wert, es ist aber deswegen interessant, weil wir auch wie wie so wenige Editions haben als NFT. Dementsprechend könnte es an dieser Stelle hier auch interessant werden und für den Preis von momentan 4,29 Dollar ist das auch nicht gerade teuer. Anschließend haben wir hier Fantastic Four Hashtag 5, dort ist die First Appearance von Dr. Doom mit dabei und dementsprechend hier auch natürlich auch ein signifikantes und auch wichtiges Comic in dieser Reihe. Daneben haben wir dann einmal The Amazing Spider-Man Hashtag 14 mit der First Appearance vom Green Goblin und dieser könnte eventuell auch nochmal in kommenden MCU-Filmen eine große Rolle spielen und dementsprechend könnte auch hier auch das Comic natürlich eine signifikante Rolle spielen. Weiter unten und zum Schluss haben wir dann im Prinzip nochmal Fantastic Four Hashtag 13 und das ist tatsächlich so interessant, weil wir es hier nämlich mit den ersten Rare und Ultra-Rare-Exklusiv-Covern zu tun haben und dementsprechend das in Zukunft auch sehr interessant werden könnte hier für digitale Sammler. Und als letztes haben wir natürlich dann noch das Comic, was eigentlich super besonders ist, aber tatsächlich sehr günstig ist auf dem Vivi-Markt und zwar nämlich das Marvel-Comic Hashtag 1, das erste Marvel-Comic, was jemals erschienen ist und natürlich hier für momentan einen Preis von 52 Gems meiner Meinung nach super undervalued, aber das sind auf jeden Fall die Comics, die ich mir jetzt an dieser Stelle rausgesucht habe. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, die interessant sind, das ist mir bewusst, aber ich wollte es an dieser Stelle wirklich so gut eingrenzen wie möglich. Und das war es an dieser Stelle schon mit diesen ganzen Collectibles, die ich euch einmal vorgestellt habe. Wie gesagt, das sind alles nur meine Favoriten, das müssen nicht deine Favoriten sein. Wenn es diese nicht sind, dann musst du sie natürlich auch nicht kaufen. Das sind wie gesagt alles nur Dinge, die ich persönlich im Blick habe, teilweise auch schon besitze, teilweise auch noch nachkaufen möchte. Also hier auf jeden Fall wirklich wie gesagt nur meine Meinung. Wenn dir das ganze Video aber trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, der Captain. Ciao, ciao.